Ich muss ehrlich zugeben, das war das erste Mal, dass ich mit dem Begriff Hengst-Videos in Kontakt gekommen bin. Was genau darf ich mir darunter vorstellen? Ja, also ihr ist absolut jugendfrei. Absolut. Es ist aber, ich muss nicht, dass das mir um die Ohren fliegt, also ich spiele durchaus auch Playstation. Aber noch dazu, parallel gucke ich mir zu einer gewissen Jahreszeit, also jetzt dann wieder. Gibt es irgendwo interessante Pferde, da kriegst du so... die Hengst-Videos an, weil ich muss ja praktisch, ich muss ja den, ich muss ja die bestmögliche Anpaarung für meine Stuten, muss ich ja finden. Ich verstehe das richtig, man kann also dort Hengste bei der Arbeit. Nee, nicht bei der Arbeit, sondern bei den Bewegungsabläufen. Ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja, ich versuch's, ich bleib dran. Auf jeden Fall muss ich einen richtigen Hengst aussuchen, der auf meine Stute gut draufpasst. Ha 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 ha!